Ja, hi zusammen! Es gibt wieder neue Lampen von Olight und zwar als erstes die Warrior Nano. Die Lampen wurden mir von Olight für ein Video zur Verfügung gestellt und es gibt sie beim Oktober Sale mit Rabatt. Das Datum von dem Sale werde ich euch mal einblenden und es gibt auch wieder einige richtig coole Aktionen. Als erstes habe ich für euch einen Gutscheincode bekommen. Mit FREED10 könnt ihr 10 Euro sparen. Der Code funktioniert auch bei den bereits reduzierten Sachen. Allerdings hat er einen Mindestbestellwert von 199 Euro. Aber ich denke für den einen oder anderen dürfte der trotzdem ziemlich interessant sein und es gibt selbstverständlich auch wieder was zu gewinnen. Und zwar wird Olight unter all denjenigen, die während dem Sale was über meinen Affiliate-Link bestellen, 4 Warrior Nano in einer zufälligen Farbe verlosen. Ihr findet den Affiliate-Link in der Infobox und im obersten Kommentar, genau wie den 10 Euro Gutscheincode. Dann mal gleich zu der Lampe. Rein von der Leistung erinnert sie so ein bisschen an die Baton 3. Beide haben zwischen 0,5 und 1200 Lumen, wobei ich die Warrior Nano eher als den großen Bruder beschreiben würde. Also sie ist tatsächlich auch ein bisschen größer, aber sie hat auch noch einige Vorteile. Zum Beispiel regelt sie im Gegensatz zu der Baton 3 erst nach drei Minuten im Turbo-Modus runter. Bei der Baton 3 sind es eineinhalb Minuten. Und man hat hier einen Endkappenschalter, den man auch im Dunkeln sicher treffen kann. Also wenn man die Lampe rausholt, muss man nicht erst den Schalter ertasten, sondern weiß hinten, dass der Endkappenschalter hat einen Zugriff auf zwei Helligkeitsstufen. Und der Schalter ist auch ein bisschen größer, also sogar ein ganzes Stückchen größer. Das sind so ein paar Kleinigkeiten, die sich unterscheiden. Und dann hat man noch den stärkeren Akku verbaut. Bei der Baton 3 ist es ein 16340er Akku mit 550 mAh. Und bei der Warrior Nano ist es ein 18350er mit 1100 mAh. Und entsprechend hat man dann auch eine längere Akkulaufzeit. Aber hier seht ihr schon mal, der Akku ist ein Stückchen größer. Und wie gesagt, durch den stärkeren Akku hat man dann auch eine längere Akkulaufzeit. Im Monat zum Beispiel ist die Laufzeit von 20 Tagen bei der Baton 3 auf 40 Tage gestiegen. Also einfach mal verdoppelt. Und selbst im mittleren Modus hatte man hier siebeneinhalb Stunden und da ist sie auf zehn Stunden gestiegen. Dafür ist die Warrior Nano dann auch eineinhalb bis zwei Zentimeter länger. Allerdings merkt man das nicht wirklich in der Hosentasche, als ob die, wenn man die eingeklippt hat, da ein bisschen tiefer in der Tasche ist oder nicht. Das macht keinen Unterschied. Und wenn ich schon beim Größenvergleich bin, vielleicht noch ein paar andere Lampen. Als erstes vielleicht mal die Baton Pro oder Baton 3 Pro. Da sieht man schon, die ist ein ganzes Stückchen größer. Ist auch eine 18650er Lampe. Und dann die Warrior Mini 3. Und die ist auch ein ganzes Stückchen länger. Da merkt man dann schon mal noch einen gewissen Unterschied. Was die Lichtfarbe angeht, bin ich positiv überrascht. Da habe ich auch mit meiner Kamera nachgemessen und 6000 Kelvin und einen Grünstich von zwei gemessen. Und damit ist sie auf einem Level, wo ich keinen störenden Grünstich mehr erkennen kann. Also das gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Und ich habe auch mal ein paar Praxisaufnahmen für euch gemacht. Die werde ich euch mal einblenden. So, vielleicht noch kurz was zur Bedienung. Wenn man den Endkappenschalter halb durchdrückt, ist man im mittleren Modus. Und wenn man ihn ganz durchdrückt, ist man im hohen Modus. Und wenn man den Schalter gedrückt hält und loslässt, geht es ja auch wieder aus. Also da hat man die Möglichkeit, einen momentanen Lichtmodus zu verwenden. Und was ich halt richtig cool finde, ist, dass man die Lampe umprogrammieren kann in einen taktischen Modus. Dazu muss man den Endkappenschalter hier durchdrücken und dann den seitlichen Schalter drücken. Und dann ist man in diesem taktischen Modus und hat hier einen direkten Zugriff auf den Strobe. Und kann sich so vielleicht im Fall der Fälle ein paar Sekunden Vorsprung verschaffen, um sich der Situation zu entziehen. Also ich finde das richtig cool. Ansonsten ist die Bedienung wie gewohnt über den seitlichen Schalter. Also wenn ich gedrückt halte, bin ich im Moonlight-Modus. Und wenn ich dann weiter gedrückt halte, zerbe ich durch. Mit dem Doppelklick komme ich in den Turbo und so weiter und so fort. Also der Rest ist dann relativ gleich geblieben. Dann komme ich mal zum Fazit. Also was mir sehr gut gefällt, das ist die Lichtfarbe, dass man hier keinen störenden Grünstich hat. Ich weiß, nicht jeder sieht den Grünstich, aber diejenigen, die den sehen, die können beruhigt sein. Also da hat man keinen störenden Grünstich. Für meinen Geschmack hätte gerne eine neutrale LED verbaut sein können. Also so im Bereich 4000 oder 4500 Kelvin. Das hätte ich nochmal persönlich ein bisschen angenehmer gefunden. Aber da gehen die Geschmäcker natürlich auseinander. Dann der Endkappenschalter, der lässt sich natürlich richtig schnell ertasten. Also wenn man die Lamp aus der Tasche holt, weiß man direkt, wo der Schalter ist und kann sie gleich anschalten. Wobei der Schalter hier auch relativ groß ist und man weiß auch, dass der gegenüber von dem Clip ist. Also auch das ist schnell gemacht. Aber ein Endkappenschalter ist einfach noch schneller gefunden. Also den mag ich eigentlich ganz gerne. Hat allerdings den Nachteil, dass die Lampe durch den 18350er Akku und den Endkappenschalter nochmal ein Stückchen größer geworden ist. Das sind nochmal 1,5 oder 1,8 Zentimeter genau genommen, wie sie länger ist als die Baten 3. Und das merkt man schon ein bisschen. In der Tasche stört es nicht wirklich, also das geht durchaus in Ordnung. Aber eine kleinere Lampe finde ich dann doch irgendwie ein bisschen angenehmer immer. Auf der anderen Seite hat man hier halt den Endkappenschalter und den stärkeren Akku. Und muss dann natürlich auch einen gewissen, ich sag mal, Größenaufpreis zahlen. Der Schalter hier hinten, der braucht einfach Platz. Das geht nicht anders. Ein größerer Akku braucht logischerweise auch ein bisschen mehr Platz. Einen Kritikpunkt, da habe ich einen und zwar der Clip, dass man den nicht umsetzen kann. Da ist vielleicht hier der Kontrast ein bisschen höher. Also, dass man den nicht umsetzen kann nach hier hinten und man dann die Lampe einfach umgekehrt einklippen kann und dann rausziehen kann. Man kann die natürlich auch so einklippen hier rüber und dann ist sie so rum in der Tasche und man kann sie so rausziehen. Allerdings kann man sie hier nicht so leicht einfädeln wie hier. Also, wenn ich die hier einfädle, dann hebe ich das einfach ein bisschen an, kann es dann über den Hosentaschensaum schieben und das geht einfach ein bisschen einfacher. Hier hat man das Problem, dass man da nicht so, also man kann es hier nicht so gut greifen. Man muss das hier so ein bisschen und das ist einfach nicht so angenehm. Ich würde den einfach umklippen können. Also, im Notfall geht es, aber einen umsetzbaren Clip hätte ich einfach nochmal besser gefunden. Aber ansonsten bin ich mit der Tasche, mit der Lampe echt zufrieden und finde die ganz cool. Mit dem Endkappenschalter, längere Akkulaufzeit, umprogrammieren in den taktischen Modus und so weiter und so fort. Also, ich finde, das ist ein schönes, kleines, neues Modell und freue mich, dass die jetzt rausgekommen ist. Ja, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Ein kurzes, knappes Video. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem vielleicht weiterhelfen bei der Entscheidung, ob die Lampe was für euch ist. Und wenn noch Fragen offen sind, dann könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen. Und wenn ihr was bestellt, würde ich mich freuen, wenn ihr das über meinen Affiliate-Link machen würdet. Dann nehmt ihr auch automatisch an der Verlosung der Fear Warrior Nano teil und vergesst auch nicht meinen 10 Euro Gutscheincode. Ja, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ja, das soll es dann auch schon wiedersehen.